Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Bevölkerung wird größer In der Steinzeit Mein Sogenannter Pipi Wolf Hängt hier fest Und er folgt nicht Weil er da festhängt Ich glaub den hat's erwischt Nicht gut Einmal nehmen bitte Alles klauen Wolf Hm Gut Dann werden wir mal unter dem Wolf losziehen In das Lager Von unseren Nachbarn Er hat immer noch mit dem Pfeil zu tun Und ich hab keinen Wolf mehr Kann ich hier irgendwie was machen Hä wo warst du denn Du warst aber oben Gut okay Kann ich nichts machen Oh nein Und kommst du mit hier lang Pinkelst du schon wieder Och Jetzt geht das los Hier das ja überall festhängt Oder was Was ist denn Achso Das alltägliche Quieken geht wieder los Gut 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 Nein Hier ist kein Feind Hör auf Warum mal noch Federn Ich braune Hier ist doch nichts Oh Ist voll Und da steht doch schon einer Wird hier schon in unsere Richtung geschossen Warte mal kurz Schön aufpassen Knose alle weg Ich sag mal kurz Gitarren Ich sag mal kurz Tschüss Ich sag mal kurz Tschüss Entspaniert Ich sag mal kurz Na, wann sagt er mir das, die Reichweite? Ja, da müssen wir näher ran. Wo ist denn jetzt? Hallo, ich habe nur einen gesehen. Ja, das ist schon so schlimm. Okay Ja, fein Schön gemacht. Hör auf zu jaulen. Ich kann doch hier schon wieder irgendwas anderes. Oh, mein Gott. Okay, gut. Oh, wow. Wow, wow. Oh, wow. Sind wir hier im Bärengebiet? Ah, nicht ganz. Komm ich hier hoch? Ach, komm schon. Oh, da oben. 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 Okay Konzentration Da läuft irgendwas Gut Ich kann den Jägerblick machen Wow Hey, es klappt ja mal Was ist das? Das ist eine Sau Ach, das ist auch eine Sau Eine Katze Die Schweine lassen wir mal in Ruhe Was ist das? Was ist das? Heile dich Okay Okay, okay Ist das was Rotes auf der Mini-Lip? Die 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 Oh, mein Gott. Nein. Oh. Ne, 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 ne. Ne auf nu... Scheiße Wolf, komm hier hoch, Mann Der frisst, weiß ich nicht, Menschenfleisch? Ich kann wieder diesen Jägerblick nicht machen Jetzt So Ah, du hättest jetzt eh an die Glocke Jetzt sagt mir nicht, hier gehts runter Ach Okay Na, das kann lustig werden Was, oh Das wird lustig Da war ich einfach ein Bären rein Das habe ich noch nicht gelernt Weil ich glaube, ich bin da Ich liege da ein bisschen Zurück Nein Ach, komm schon Gut Ich hab das aber noch nicht Da stand er gerade mit Knochenbäumen Gut Okay Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt hängst du da drin fest. Muss ich das kaputt machen? Dann brauche ich jetzt den Mund erhören. Was stand da? Nee, nicht anzünden. Genau. Pinkel drauf. Und Adelgegner töten. Hör auf zu pinkeln, Mann! Klaas, Darschklaas. Schnappen. Nicht so laut. What? Halt! 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 Lass sie was schauen! Mari! Hi! Hat sie den Wolf gesehen? Halt! 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 Klappe. Der war hier gerade oben. Der war hier gerade oben. Entschuldigung! Hä, wieso sind die denn auch hier? Ähm Wiener Wiener Ei, nicht anzünden Ok, da freut sich einer, ist schön Ah, das wird noch lustig, ne? Ich bin ins Feuer gedodged Wir haben es geschafft Was? Ist doch mal so? Ah, ha, ha, ha Ja, ha, ha, ha Ah, ha, ha, ha Nein, herzlichen Glückwunsch Was? Was? Ja? Ja? Ey, Alter Blub, 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 blub Ei, 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 die sind aber ganz schön weit weg, ne? Und wo hängen wir ab? Dort Fähigkeiten Einen Lass mich raten Oh Gott, ei Ne, 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 ne Wir wollen, wir wollen noch ein Pünktchen Für Das da Okay Okay Schon klar Ja Verständlich Na, wir haben hier noch nichts Ja Na, alle schick Ja Wir brauchen Mehr Leute So Voll Nicht voll Jetzt voll Das haben wir Gleich ist voll Nimm wir mit Nimm wir auch mit Damit sind wir voll Noch irgendetwas? Nix Das war's Gut, aber dann würde ich einem Taschenfolgen Da ist ein Fragezeichen Warte mal, wo ist das Fragezeichen? Warte mal Okay, warte mal Warte mal Da, da können wir noch hin? Hm Ähm Ähm Wir tun's Super fest Warte mal thing Haben Ich der lum sondern das der nicht mug nicht anything von r Sie sind sehr gut. Nein. Du bist so schön. 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 So lange ich nicht fliegen muss? Hätte er mir doch in die Hand geben können. Habe ich jetzt getrunken? Na? Was ist jetzt? Bin ich betot? What? Mammut? What? Gott, das vibriert hier, hm? Ach du Scheiße. Oh, was denn? Ich dachte gerade... Ich bin ein Mammut! Ich bin ein Mammut! Zurück ey! Oh, da hat er mir gesetzt. Oh, okay. Oh, scheiße. Okay, wir sollten ein bisschen aufpassen. Kann ich mich heilen hier? Ich kann mich nicht heilen. Okay, wir lassen uns absichtlich ein bisschen Zeit. Und jetzt aber. Bam, 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 bam. Hey, du hast ein bisschen Reo. Oh, ja. Komm schon. Der dreht einfach ab. Was ist das dumme Ding jetzt? Alter, klebt er noch? Kame. Kame. Ich bin hier! Mit dem Russell! Komm her! Komm herr! Keiner bringt es hier bei der Familie um. Alter! Scheiße, ich muss umpassen und ich muss wegrellen. Greift er mich auch noch an? Also der... Boss? Die sind schlau... Alter, für ne... Die sind schlau... Drogen, du hast einen Schlau... Okay, es rammelt hier. Aua. Das war klar. Aua. Das haben sie mich gleich. Gleich auch mit Absicht, dass man hier irgendwann abkackt. Komm her. Ich bin wieder aufgeladen. Geh Büsch. Komm her. Halt doch. Ja, in den Hintern, du Trüste. Komm her. Erwischt. Uh. Ich habe die Familie gerecht. Waaah. Und? Was kriege ich jetzt dafür? Checkpoint. Checkpoint. Ja. Äh. Wieder ein Fragezeichen? Uh, ja. Das hier, ne? Jetzt sehen wir eine Wahl. Ich würde sagen, das nehmen wir. Habe ich Lust zu. Obwohl das natürlich... Ja. Mhm. Was? Wieso habe ich noch einen Punkt? Ja, dann nehmen wir das auch noch mit. Auf der freut sich jemand. Ah, da war ja noch ein Fragezeichen. Oh, ja. Guckt euch das an. Stärke. Wir brauchen erstmal einen Löwen. Wollen wir mal da rein dutzen? Wir dutzen mal da rein. Ah. Warbadi. Mhm. Wauwam. Er hat schon wieder so ein Schälchen. Aha. Die stand auch draußen. Oh, das ist ja eklig. Mittrinken? Ja, ist klar. Extrem lecker. Mit den Äuglein oder einfach nur als, weiß ich nicht, Deko da drinnen? Na? Udan, fuck mir, ha ali auf Wasser. Ha 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 ha. Udan, fuck mir, ha ali rocker. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Mhm. Die Steinfrau Machen wir? Das ist so eine Angelegenheit. Nöte die Steinfrau. Meine Kloppa. Meine Kloppa. Meine Kloppa. Meine Kloppa. Meine Kloppa. Meine Kloppa. wieso habe ich denn jetzt ne bedeutete.. will ich nicht Alter krass Können wir die aufmachen? Guck mal , wasser? . 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 Was ist das für einen? Nein! Was ist das für einen? Ein bisschen heilen hier Schickball Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr verwirrend, das Ganze Das ist unfair, ich kann mich an euch ran Das ist unfair, ich kann mich an euch ran Das ist unfair, ich kann mich an euch ran Das ist unfair, ich kann mich an euch ran Das ist unfair, ich kann mich an euch ran Jetzt komm schon oder muss ich doch hochkrabbeln Ja, ich kann mich an euch ran Hallo? Hallo? Drohle Ach Ich darf es So, gut Ach, ja, ja Ja, 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 Gut, ob wir das alles in der nächsten Folge schaffen. Das ist hier die Frage. Ich möchte... Ich... Nee, ich... Oder trinken? In der nächsten Folge. In der nächsten Folge trinken wir nochmal das Teil der Leer und dann ziehen wir los. Ich glaube, das machen wir. Ja, mal gucken, was passiert. Nicht reden! Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, ihr Lieben, und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!